Jetzt habe ich auch nicht super gut vorbereitet. Aber warte, ich brauche Bücher. Ach so, ich habe keine Bücher. Habe ich auf Play gedrückt? Kannst du einmal kurz gucken? Ja, gut. Ich brauche das. Aber, ja. Bitte. Das ist das dickste. Das ist das blödste. Dann kannst du die Bestien da oben noch mal wieder hinstellen. Ja, aber ich bin immer... Also, da habe ich sie echt mit, ne? Finde ich nie. Danke. Jana sagt, wir machen jetzt mal eben meinen Tag fertig. Schnell. Schnell. Und quatschen privat. Und was essen. Okay, also. Wir machen heute einen buchsüchtigen Tag. Genau, den wir uns von den Bookfriends abgeguckt haben. Ja? Okay. Und ich glaube, die Bookfriends haben das von jemand anders abgeguckt. Ich habe das bei Expector Booktronum auch gesehen. Ach so. Ja. Also, den gibt es auf jeden Fall schon eine Weile. Genau. Das hat ja bei Booktube schon die Runde gemacht. Nur bei uns noch nicht. Genau. Und deswegen machen wir ihn jetzt. Mal gucken, ob wir buchsüchtig sind. Ich glaube, ja. Quatsch. Nee, du nicht. Ich doch. Ja, okay. Also, es gibt wieder, wie viele Fragen gibt es? 14. Frage Nummer 1. Was ist die längste Zeit, die du überstehst, ohne ein Buch in die Hand zu nehmen? Eine Stunde. Nee, etwas länger schon ist das schon. Aber ich müsste jetzt gerade echt überlegen, ob ich es einen Tag schaffe, ein Buch nicht in die Hand zu nehmen. Also, ja, ich müsste auch hart überlegen, wann der letzte Tag war, an dem ich mal kein Buch in der Hand hatte. Und wenn ich nur mit einem Buch geliebäugelt habe und es nicht gelesen habe. Ja. In der Hand hatte ich es auf jeden Fall. Ja, immer drin rumblättern. Dran riechen. Kuscheln. Sich überlegen, wann man das am besten lesen kann. Ähm, ja. Einen Tag maximal. Maximal. Ja? Ja. Okay, du bist also bei mir. Ja. Dann können wir ja auch direkt zur zweiten Frage weitergehen. Auf geht's, weiter geht's. Wie viele Bücher trägst du zurzeit mit dir rum? Physisch oder auf einem Gerät? Was heißt zurzeit? Also, gerade habe ich gar keins an mir. Aber hier liegen welche vor mir. Ähm. Und wenn ich mich so umgucke, sehe ich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Die nicht in den Regalen reintaut sind. Also, wenn ich zu Jana fahre, zum Videodrehen, dann trage ich sehr viele Bücher mit mir rum. Teilweise sogar zwei komplette Entzugskartons. Nein, ganz so schlimm bin ich. Aber zwei komplette Taschen voll. Ja. Aber wenn ich so unterwegs bin, habe ich eigentlich immer nur ein Buch dabei. Oder halt einen E-Book-Reader und dann sind da viele drauf. Ja, gut. Aber auf meinem E-Book-Reader sind, glaube ich, gerade so 50. Genau. Aber sonst, also sonst trage ich physisch nicht mehr als ein Buch mit mir rum. Nee, ich eigentlich auch nicht. Weil ich einfach auf das Gewicht keine Lust habe. Aber oft habe ich ein Buch und den E-Book-Reader dabei. Ja? Ja, ich nicht. Ich habe dann entweder ein Buch oder ein E-Book-Reader dabei, weil es darauf ankommt, so was lese ich gerade. Ja, meistens ist es bei mir auch das, was ich aktuell lese. Ja. Ich bin aber auch nicht so oft unterwegs, sollte man vielleicht dazu sagen. Ich bin halt meistens zu Hause. Ja. Ja. Behältst du jedes Buch, das bei dir einzieht? Nein. Das ist die Frage Nummer drei. Jana? Nein. Nein. Ich bin ganz fleißig immer am Aussortieren. Ja, ich weiß. Ja. Und manchmal steckt Jana mich damit an und dann bin ich auch fleißig am Aussortieren. Ja. Aber sonst behalte ich gerne viele Bücher. Aber auch die du nicht magst? Nee. Du bist doch immer auch ganz groß dabei mit, das habe ich gelesen, das mochte ich nicht, das verkaufe ich. Stimmt. Ja, einfach weil ich auch nicht so viel Platz habe. Ich kann ja nicht unendlich Bücherregale anbauen zu Hause. Aber das wäre schon schön. Ja. Ich würde schon auch gerne ein riesen Haus haben und überall Bücherregale. Dann würde ich einfach alle wagen. In jedem Zimmer so mindestens 100, 100, 300, 300, 500. Wobei, wenn ich mir dann so angucke, die Leute auf Instagram, die teilweise ihre Regale neu sortieren und dann über 1000 Bücher haben, das wäre mir jetzt so anstrengend. Das kannst du nur machen, weil du weißt, du ziehst nie wieder um. Das sage ich dir. Ich bin mit, ich weiß gar nicht, mit 200, 300 Büchern umgezogen, glaube ich. Das reicht. Denen Umzugshelfern reicht es auch. Stimmt, kann ich bestätigen. Okay, wie lange würdest du bei einem Standardbesuch in einer Buchhandlung verweilen? Wie lange waren wir denn vorhin? Lange, das war wie so eine Zeitkapsel vorhin. Wir sind da rein und irgendwann war es halb vier und ich dachte, du, so spät schon? Ja. Aber normalerweise würde ich sagen, ich alleine gehe. Eine halbe Stunde? Ich wollte gerade sagen, unter einer halben Stunde, nur wenn ich ganz gezielt ein bestimmtes Buch hole oder so. Ja, aber wenn ich so ein bisschen schmökern will, dann brauche ich mindestens eine halbe Stunde. Also ich finde Ende offen. Ja, wie man sieht bei uns. Es kommt auch darauf an, wie groß der Laden ist. Also in Düsseldorf in der Meierschen habe ich auch schon mal den ganzen Tag verbracht. Da kannst du dich dann ja auch schön hinsetzen in das Café, was da ist und das Trinken. Das ist ja auch vier Etagen für Bücher. Also muss man die alle durchhören. Ja, und ich glaube, bin ich auch in mehreren Buchhandlungen an einem Tag, in verschiedenen. Ja, das ist schon lange. Nummer fünf. Wie viel Zeit pro Tag verbringst du tatsächlich mit Lesen? Also das ist ja bei uns jetzt irgendwie schon wieder kompliziert. Wenn wir jetzt nur vom... Wir reden vom Freizeitlesen, oder? Wenn es nur ums Freizeitlesen geht, dann... Mein Arbeitslesen, dann wird es viel. Dann wird es viel, ja. Das würde ich jetzt mal außen vor lassen. Ja, ich auch. Aber pro Tag tatsächlich alles zwischen 15 Minuten und zwei Stunden. Ja. Bei mir kommt es auch selten vor, dass ich mehr als zwei Stunden lese. Also an so einem Sonntag oder so, wenn ich so richtig in einem Buch drin bin, dann lese ich auch schon mal vier, fünf Stunden am Tag. Nie am Stück. Aber ich mache das... Also wenn ich zum Beispiel ein E-Book lese, dann nehme ich das auch überall mit hin und lese einfach, während ich alles andere mache. Beim Haare füllen zum Beispiel. Wie geht das denn? Also ich brauche meistens die zweite Hand zum füllen. Wäre ich nicht. Cool. Ja. Ich finde... Oder wenn es kommen... Ich weiß nicht, ob ihr Hardstopper kennt. Ich finde die Serie auf Netflix. Ich finde das ja immer so genial, wie dieser Eisereck. Einfach immer ein Buch dabei hat. Immer. Immer. Überall. Während die durch die Stadt spazieren. Wenn die auf Partys sind. Immer. Ja. Immer ein Buch dabei. Sehr sympathisch. Ja. Auf jeden Fall. Ja, so bin ich nicht. Also, ich nehme mir immer bewusst Zeit zum Lesen. Aber auch zwischen einer Viertelstunde oder... Ich würde mal sagen, anderthalb, zwei Stunden sind schon so die Übergrenze am Stück bei mir. Mhm. Also wenn ich vier Stunden am Tag lese, dann vielleicht zwei Stunden morgens und zwei Stunden am Stück. Ja, das ist bei mir auch tatsächlich so. Ich lese nicht vier, fünf Stunden am Stück. Ja. Und dann ist es meistens halt auch ein Sonntag. Aber was ich auch mache, ist, dass ich zwischendurch mal zwei Sätze lese. Echt? Ja. Das habe ich nicht. Ne? Ne. Im Moment habe ich das... Wenn ich darauf warte, dass Eier kochen. Drei Minuten. Auch. Ja. Mittlerweile habe ich angefangen, beim Frühstück wieder zu lesen. Mhm. Das ist auch cool. Aber es sind dann meistens auch halt nur so 15, 20 Minuten. Und dann lese ich das Kapitel zu Ende und dann gehe ich arbeiten. Mhm. Ja, so mache ich das auch. Ja. Okay. Weiter geht es mit Frage 6. Steht Lesen auf deiner täglichen To-Do-Liste? Ja. Nicht bewusst, aber... Bei mir tatsächlich bewusst. Ja. Ich habe so einen Wochenplaner, den ich immer Anfang der Woche dann ausfülle für die ganze Woche. Und da gibt es so wiederkehrende Aufgaben, die ich eigentlich für mich selbst gerne machen möchte, jeden Tag. Mhm. Wo ich sage, zum Beispiel Yoga oder Sport möchte ich einmal täglich machen. Auch wenn es nur 10 oder 15 Minuten sind. Mhm. Und lesen oder ein Hörbuch hören gehören genauso dazu. Ja. Ja. Nee. So was mache ich nicht. Dann mache ich dann einmal ein Smiley hin, wenn ich das gemacht habe. Ich brauche das nicht auf eine Liste schreiben, um das zu machen. Ich finde das einfach schön, weil ich dann am Ende der Woche sehen kann, wie viel Zeit habe ich mir für mich gegönnt. Wie gut habe ich mich in dieser Woche quasi um mich selbst gekümmert, um meine Bedürfnisse. Ja gut, okay, das kann ich verstehen. Wie gut nicht. Ja. Nummer 7. Ja. Ja. Wir haben doch irgendwann mal letztes Jahr oder so, haben wir doch mal gezählt, ne? Da hatte ich irgendwas um die 450 Printbücher hier stehen und wie gesagt, E-Books habe ich glaube ich so um die 50. Wollen wir rennen? Ja. Ja? Oh Gott. Oh nein! Oh nein! Das hat sich gelohnt. Der Eismann hat gerade vor der Tür gehalten und Jana hatte mir vorhin quasi versprochen, wir könnten ein Eis holen vom Eismann. Deswegen muss ich mir jetzt schnell runterrennen. Sehr geil. Ich finde es so cool, dass noch ein Eiswagen bei euch in die Straße kommt. Ja. Mega geil. So. Also. Also wir schlecken euch hier was vor. Triggerwarnung Essgeräusche. So. Genau. Wo waren wir? Was schätzt du, wie viele Bücher du insgesamt besitzt? Ach ja. Viele. 500 ungefähr. Und du? Also ich habe 320 gelesen. Mhm. 60 ungelesen. So 380. Keine Ahnung. Dann noch so 30 auf dem E-Book. Twitter. 40, 40, 30, 40. So. Also auch so 420 Bücher. Schätze ich. Also irgendwas zwischen 4 und 500. Ja. Ja. Genau. Aber auch nur, weil ich regelmäßig fleißig aussortiere und Bücher wieder verkaufe oder verschenke. Ja. Die Tour. Ja. Wie oft erwähnst du Bücher in Gesprächen? Ja. 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 So oft es geht. Unangenehm oft. Oh mein Gott. Ich glaube, meine Deutschschüler, die haben mich letztens gehasst. Wir hatten das Thema Literatur. Oh. Weil sich die gefoltert hat mit Fragen zum Thema Lesen. Und Bücher generell. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mit irgendjemandem befreundet sein könnte, der nicht liest. Und worüber sollen wir uns dann unterhalten dann? Das geht doch nicht. Schwierig. Ja. Das Ding ist, ich bin halt auch gedanklich eigentlich immer mit Büchern beschäftigt. Ja. Entweder von der Arbeit. Mhm. Oder freizeitmäßig. Hobbymäßig. Ja. Deswegen wird es dann schwierig. Also ich meine, wir können über andere Gesprächsthemen sprechen. Ja. Kein Problem. Das auch, natürlich. Ja, aber wenn schon mal zwei große Bereiche unseres Lebens rausfallen, dann haben wir doch nicht mehr so viel Gespräch. Ja. Das stimmt. Man lässt dann immer noch mal zwischendurch einfließen. So, übrigens, darüber habe ich letztens ein Buch gelesen. Da stand drin. Meistens passiert es so. Oder wenn man dann über Filme oder so redet, ja, das gibt es auch als Buch. Wie weiß. Das Buch war viel besser. Ja. So in der Art. Okay, weiter geht's. Welches ist das dickste Buch, das du zu Ende gelesen hast? Ich finde das blöd, dass es diesen Zusatz gibt, dass du zu Ende gelesen hast. Nur weil du Amalthea nicht zeigen kannst. Ja, Amalthea habe ich ja leider nicht bis zum Ende geschafft. Ich habe dann mal geguckt. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr lange her, dass ich dieses Buch, dass ich das dickste Buch gelesen habe. Brilka hätte ich natürlich auch anführen können, aber das habe ich ja noch nicht gelesen. Ich glaube, es war Feuer und Stein von Diana Gabelton. Das hat 1100 noch was Seiten. Ja. Ja. Meins ist leider ganz langweilig und unvorhergesehen. Der siebte Band von Front of Glass hat 1105. Zwei. 1102. Krass. Ja. Achso, sollen wir nochmal eben die Übersetzer dazu nennen? Das hier Michaela Link. Ach, guck. Ich hatte mir das aufgeschrieben. Gabriele Kubi hat Feuer und Stein übersetzt und das ist bei Blaine Valet erschienen. Oder Blaine Valet oder wie auch immer dieser Falltag ausgesprochen wird. Ja. Gut. Genau. Zehntens, gibt es ein Buch, das du trotz aller Widrigkeiten haben musstest? Die Frage habe ich irgendwie nicht so richtig verstanden. Was für Widrigkeiten denn? Weiß nicht, irgendwelche, oder? Ich habe keine Widrigkeiten. Was gibt es denn für Widrigkeiten, die einen daran hindern könnten? Außer, dass es ausverkauft ist. Dass es ausverkauft ist. Sag mal, antworten mal. Meine Ahnung. Ich auch nicht. Achso, doch. Das habe ich ja extra mitgebracht. Ich dachte gerade so. Ich hatte mich darauf vorbereitet. Warum steht es nicht auf meiner Liste? Das heißt vor mir. Und zwar war das hier Band 4 von der Phileasonsaga von Bernhard Hendo und Robert Corbus bei Heine erschienen. Dass ich unbedingt auf der Leipziger Buchmesse eigentlich haben wollte. Und zwar signiert, weil der Bernhard Hennen vor Ort war. Und ich musste dieses Buch unbedingt signiert haben. Okay. Und ich habe ihn nicht auf dieser Leipziger Buchmesse mehr gefunden. Und deswegen hat die liebe Jenny von Letters in Life dafür gesorgt, dass ich dieses Buch doch noch signiert bekommen habe. Okay. Also das ist das Einzige, was mir zu der Frage eingefallen ist. Okay. Mir ist da leider tatsächlich nichts zu eingefallen. Ich habe keine Widrigkeiten in meinem Leben. Kommt es immer an, wie ich ja dran. Ich komme immer an, wie ich ja dran. Nee. Also ihr könnt mir ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben, was für Widrigkeiten es geben könnte, die mir vielleicht einfach gerade nicht einfallen. Kein Geld. Früher zum Beispiel. Ausverkauft. Verboten. Mir verbietet niemand das Lesen. Okay, machen wir einfach weiter. Ja. Elftens. Gibt es ein Buch, das du nur mit Mühe beenden konntest? Fang an. Ja. Verstehe ich ja nicht. Der Liebe von Elip Schafak, übersetzt von Michaela Grabinger wahrscheinlich. Ja, bei kein und aber erschienen. Das ist, das haben wir im Lesezirkel gelesen und hätten wir das nicht getan, hätte ich das auch nicht beendet. Das war großartig. Nein, das war nicht großartig. Furchtbar war's. Nee, nee, nee. Da bin ich strikt gegen, das großartig zu nennen. Ich fand's großartig. Ich weiß, es hat deine Liebe zu Elip Schafak entfacht. Absolut. Bei mir hat es genau das Gegenteil bewirkt. Aber das haben wir ja auch schon öfter erörtert. Ja, ja, genau. Ich konnte aus einem anderen Grund ein Buch nur mit Mühe beenden und zwar, weil ich das umtauschen musste. Weil irgendwo auf Seite 127 nochmal alles von vorne losgelegt. Das war nämlich damals auch ein Buch, was wir im Lesezirkel gelesen haben. Der Trafikant von Robert Seethaler. Ich muss das mal behalten, das ist bestimmt voll viel wert jetzt. Meinst du? Klar. Ein falsch gedrucktes Buch? Klar. Aber ich muss das ja abgeben, um Neues zu kriegen. Ja, jetzt einfach ein zweites gekauft. Das ist voll die Geldanlage bestimmt. Total. Klar, so viel Drucker sind immer voll viel wert. Das sind halt Unikate. Ja, und der Trafikant ist doch voll das berühmte Buch. Mich hat es damals nur genervt und ich habe es umgetauscht. Alter, ein Fehler war. Hallo? Ich möchte doch nicht nach Seite 127 wieder zu Seite 1 zurückspringen. Mir fehlte die Hälfte von dem Buch. Deswegen musste ich erstmal wieder in die Buchhandlung rennen, das umtauschen und es dann erst weiterlesen. Deswegen war das mit einiger Mühe, dass ich das beenden konnte. Verstehe ich. Schicksal wollte nicht, dass du das liest. Nummer zwölf? Ja. Und was sind drei deiner wichtigsten Buchziele für 2023? Keine? Ja. Nein? Hä? Was denn? Ich habe mir 50 Bücher möchte lesen. Okay. Das ist ein Ziel. Ganz nichts? Also, bei mir ist das auch ein Punkt. Ich möchte 40 Bücher lesen dieses Jahr. Das ist mehr als ich sonst so schaffe in einem Jahr. Im Moment lege ich ganz gut in der Zeit. Gut in den Büchern. Dann möchte ich gerne diesmal meine 12-Books-Liste beenden. Oh, ja. Stimmt. Das ist auch eines meiner wichtigsten Ziele. Und das wichtigste Ziel ist, ich möchte die Bokopoli-Challenge gerne gewinnen. Oh, wow. Da habe ich nicht mit gerechnet. Nein. Ja. Kampfgeistin Jenny erwacht. Auf jeden Fall. Hallo. Okay, dann möchte ich das auch. Das sind auch meine Ziele. Okay, cool. Ja. Dann machen wir jetzt weiter mit Frage. Das finde ich ja. Hast du schon einmal jemanden zum Lesen gebracht? Irgendjemand reißt gerade den Flur ab bei Jana? Irgendjemanden zum Lesen gebracht. Ist halt... Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Also generell ans Lesen herangeführt oder gesagt, lies mal das Buch, das ist cool. Und dann hat der Heli das gelesen. Kannst du so interpretieren, denke ich, die Frage. Also zweiteres auf jeden Fall. Ich verleihe oft Bücher in meinem Bekanntenkreis und meinem Familienkreis. Oder Übersetzungen so. Das ist gut, lies das. Ja, genau. Also ja, das auf jeden Fall. Das mache ich auch. Aber zum Lesen gebracht im Sinne von, halt vorher nicht gelesen und durch meine Empfehlung ist eine neue Leseratte geboren worden. Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Hm. Ich bin aber auch nicht so aufdringlich da. Ich habe es bei meinem Mann schon öfter versucht. Aber läglich bescheidert. Und nach wie vor. Ich glaube, das wird auch in diesem Leben nichts mehr. Wahrscheinlich nicht. Hm. Ich weiß, dass irgendjemand mal gesagt hatte, dass der Sohn sonst nicht so viel liest, aber dass er aber Amari zum Beispiel verschlungen hat. Okay. Ja. So etwas würde ich so als kleines Erfolgserlebnis zumindest sehen, dass man jemanden zum Lesen gebracht hat. Ja. Und wenn auch nur für dieses eine Buch begeistert, obwohl er sonst nicht so die Leseratte ist. Ja. Ja. Okay. Okay. Und letzte Frage. Was bedeuten Bücher für dich? Ich finde das immer so lustig. Mich fragen so viele Leute, wie kannst du denn neben diesem Job auch noch in deiner Freizeit Bücher lesen? Ja. Fragen mich auch ganz viele. Dabei finde ich, ist das was völlig anderes. Total. Das eine bringt halt Geld ein und ist Arbeit. Aber es ist trotzdem mit Büchern. Ja. Wie geil ist das denn? Ja. Und trotzdem, wenn mein Mann zum Beispiel auch sagt, wenn ich abends noch ein Buch in die Hand nehme und der sagt, du hast doch den ganzen Tag schon gelesen, sage ich, das ist doch Quatsch. Weil ich setze mich doch abends hin, um mich zu entspannen. Ja. Und in Ruhe ein Buch zu lesen, das ich nicht analysieren und auch nicht übersetzen muss. Wo ich mir nicht um jeden Satz und um jedes Wort Gedanken machen muss. Ja. Und Bücher bedeuten für mich Entspannung, Freizeit, zur Ruhe kommen und vor allem auch mal den Kopf abstellen, also die Gedanken abstellen. Ja. In andere Welten eintauchen, neue Geschichten kennenlernen, neue Welten kennenlernen. Also es gibt ja viele in unserer Branche, die sagen, der Job hat denen so ein bisschen das private Leben, Lesen irgendwie lieben. Das auch. Das private Leben und das Lesen madig gemacht. Und ich kann das immer nicht verstehen. Weil ich glaube, es gibt nichts, was mir Lesen madig machen könnte. Nee. Es gibt immer mal wieder Phasen, wo ich da keinen Bock drauf habe und wo ich weniger lese oder auch gar nicht lese. Aber ich komme immer wieder dazu, dass das Erste und das Liebste, was ich mache, ist, zum Buch zu greifen. Und was Bücher für mich auch noch sind, ist, dass sie mir Dinge beibringen können, die ich so im Leben vielleicht sonst nicht erfahren würde. Ich finde es wahnsinnig interessant, verschiedene Perspektiven zu hören, also nicht nur in verschiedene Fantasy-Welten einzutauchen, sondern eben auch mal in andere Länder so einen Einblick zu bekommen, wie die leben, was für die im Alltag wichtig ist, womit die sich so beschäftigen, um dann einfach auch mal so ein bisschen die Perspektive zu wechseln. Und es ist ja auch die einfachste Methode, auch sich selbst weiterzubilden in Bereichen, in denen man sonst überhaupt keine Erfahrung hat und auch mit denen man sonst gar nicht in Berührung kommen würde. Es ist die schönste Art, sich mitzuteilen. Bücher vermitteln, Werte. Ja. Also in allen Bereichen. Ja. Zum Stressabbau tragen sie bei. Man soll ja bekanntlich einen ruhigeren Puls bekommen, wenn man viel ist. Boah, das weiß ich nicht. Ne? Das sind nicht so spannende Bücher vielleicht. Das alles bedeuten Bücher. Genau. Das ist ein schöner Abschluss, oder? Ja. So, sind wir buchsüchtig? Ich würde sagen, ja. Was meint ihr? Die Frage ist ja, könntest du ohne Bücher leben? Nein. Ich auch nicht. Also könnte ich wahrscheinlich schon, aber möchte ich nicht. Nein. Gut, das lassen wir so stehen. Jetzt essen wir unser Eis auf. Das ist schon leer. Ich meinte das schon leer. Meinst du noch nicht? Ich löffle noch mit dem letzten leckeren Rest. Ja. Wir taggen jetzt niemanden im Speziellen, aber wenn ihr Lust habt, diesen Tag zu machen und ihr habt ihn noch nicht gemacht, dann tut das gerne. Los geht's. Alles klar. Ja. Macht's gut. Entschuldigung. Alles gut. Schönen Abend. Bis dann. Ciao. Ciao. Wir haben vier Videos geschafft. Darf ich noch mal deinen Spaghetti als probieren? Da können wir öfter von holen, von dem Eismann. Gut, ne? Mhm. Sehr lecker. Gut. Ja. Ja. Vielen Dank.